so man sagt h okay ich soll es machen ich hab die Message verstanden gut hätte ich es noch aufsichtlicher irgendwie machen können ja und zwar wie indem ich einfach in den ersten besten Buch reingesprungen wäre genau das ist ja so schwierig ich höre dich nicht mehr hallo ja ich höre dich hallo hallo was hallo hörst du mich echt nicht mehr oder bist du gerade so ein bisschen ja dachte ich mir schon schade eigentlich das merkt man nämlich wenn du jemanden verarscht oder wenn du was ernsten meinst wieso es kommt sehr selten vor dass du was ernst meinst ja ach nix nix und jetzt sage ich mal was was ich total ernst meine ich hasse dich du bist so richtig blöd du bist so dumm wieso brügst du da eigentlich runter weil ich eh den PSWitsch hochnehmen muss wieso das weil ich da oben aktivieren muss wieso das das weißt du ganz genau nein ich war doch nicht mehr da na gut aber auch verdammt die gehen mir Scheiße ne krieg ich nicht mehr hoch oder ne krieg ich nicht mehr hoch oder ne krieg ich nicht mehr hoch die Viecher ne scheiße ne du bist so dumm ey ja lockt sie noch weiter runter das ist ganz klug ne ne Fug was ist ein Fug ein Fug ist ein Vogelweister genau Leck ich war's nicht ich bin unschuldig ich weiß auch nicht Leck da wenn du verstehst was ich machen möchte diese Reihe hier muss da drüben Scheiße ich wollte grad eigentlich ich schau gar nicht hin ich wollte grad eigentlich springen aber ich hab's wieder versaut natürlich so jetzt bin ich auch wieder da so jetzt nicht runter gehen du da oben Spasti ich bin gar nicht da oben ich weiß gar nicht was du meinst ich red ja auch nicht mit dir so du hast Spasti gesagt da fühl ich immer da fühl ich mich immer direkt eingesprach das ist dann nicht mein Problem so hier drüben mach man sieht's nicht scheiße spring doch runter ja dann muss ich wieder hoch oh man du suizidgefährdetes etwas also ungefähr das war ein Witz ja ich weiß ja nicht wohin ich die Reihe schicken muss ja dann gehst du halt selbst mit auf welche Höhe oh das könnte ich tun das ist sogar eine coole Idee ey wie kann man bloß so dämlich sein Scheiße ich komm nicht mehr hoch ich kann ein einzelner Mensch bloß so blöder sein Scheiße ich hab's wieder versaut soll ich mal nein nein ich schaff das schon ja gehst du ruhig ey da hätte man noch locker wieder hochkommen können meinste ja klar ich find so geht's schneller oh jetzt gleich bist du auf einmal in einem vollkommen anderen Raum nein ich dreh durch sei jetzt wieder nicht hochkommst dann lach ich dich so aus hängt was ist jetzt los was ist jetzt los scheiße was ist jetzt los das war's internet wahrscheinlich ja das war's internet und bei mir geil mhm auf nochmal so ich hoffe es läuft wieder nachdem ein internet wieder da ist ja und jetzt muss ich nochmal gucken dass ich da hochkomme ja ok perfekt hier hat das wirklich auf hier hat das wirklich auf ich muss mich kurz vergewissern dass es aufnimmt es nimmt auf wunderschön nein tut's gar nicht doch ich weiß das viel besser ja so ok äh jetzt geht das hier rüber und wir gucken uns das an ja perfekt ja perfekt oh man schwere geburt aber wirklich Schieter Gott du darfst jetzt nie wieder in irgendein Ziel laufen warum weil du 98 Sternenpunkter hast ich darf es trotzdem ich verbiete es und kann jetzt unsere neue Landzunge bespielen dass sie so hässliche Ausgaben sind auch in der Heil ich liebe solche Level ja platforming for platforming for the win genau ftw ich hab Angst gleich kommen die Sägen gibt's keine Sägen die Sägen sind ausverkauft die Kupas sind mal total unnütze ja vor allem die dazwischen die sind so unnütze diese Kupas die können wir mal gar nicht jetzt bin ich gespannt ooooh das war extremst knapp ah das ist besser als Sägen das sind Puzzis ha komm komm so ein paar kleine Viecher drehst du ab aber die Kupas waren mal episch ganz ernst ja die Kupas leider sind es keine blauen oh oh komm Feder Feder kommt schon na gut nehme ich auch Aua was denn elendiger Piepton oh Entschuldigung bei mir nicht b b b oh so hättest du gar nicht so viel Spaß wie ich ich hab total viel Spaß das was auch bei den Hackersteller Lust ich mache so von wegen höhe die können mir gar nichts merkst du nicht wie viel Spaß ey soll ich mal noch paar lexper Mein Gott, dreht mir nicht immer dazwischen Entschuldigung Soll ich mal noch ein paar Lacks verursachen? Nein Schade Hey, was ist das denn jetzt? Sinuskurve hier Das, das ist Night Spiral Ey Ey, scheiß Alter Also, wie war das noch gleich mit dem Leveldesign? So Bist doch kacke Oh, das ist fresslich Ich geh jetzt auf Nummer sicher Lustig, hättest du es gefunden, wenn du dabei jetzt deine Yoshi verloren hättest Jetzt duckt er sich ja auch so wie ich Ah, langweilig Voll der Dieb Oh Okay Ich muss jeden Switchblock hitten Ich glaube, das muss man gar nicht Doch Sonst geht's immer nach unten Genau Und musst du auch drücken Das zu spät Fuck 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 Ja klar Wenn du deinen Folge richtig machst Was soll ja erst den oberen natürlich Genau Genau Ganz ernsthaft Epic win Ich zeig dir jetzt mal was richtig episches Abbrüllen, nein vorher noch Einmal um zu zeigen, wie pro-like ich bin, zeig ich Mal wie klein, wie schnell man klein werden kann, ja Und dann zeig ich euch, wie man stirbt Das war total episch Fantastisch Das war vor allem auch Beabsicht Achso Ich hatte keinen Bock Ich hab den unteren Pilz nicht gekriegt Ohne Fehler hast du total bescheuert Ja Ohne Yoshi auch Bring dich doch auch rum Nee, ich kriege ja jetzt hier keinen Yoshi wieder Aber Fehler kriege ich immer wieder Nö 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 Nopfer an Du musst hit Every Switch Block Right Ehehe Hey du leste hier gar nicht mehr die eh die Box durch Ich nicht Ich nicht Niiini Haha Oh ne, du bist so dumm. Viel Spaß. Den werde ich haben. Na jetzt, wir haben gesagt, wir machen den Quatsch nicht mehr. Ach stimmt, das habe ich ja gesagt. Ja, okay, dann von jetzt an. Ich will nochmal schnell sechs Leben ergaunen. Ja. Ich habe dir eh viel nötiger als du. Ja, genau. Ich gehe mit meinen 58 Leben. Das sind ja schon fast so viele, wie ich bei der letzten Aufnahme hatte, ne? Ja. Ey, ich muss einmal kurz weg, ey. Ich könnte ausrasten. Okay. Dann beende ich die Aufnahme wieder. Ich muss das hier zusammenschneiden. Läuft wieder. Sollte es zumindest. Ich bin suizidgefährdet. Warum tust du das? Weil ich keinen Bock habe. Scheiße, ich wollte vorher ein Self-State machen. Nein. Was lädst du jetzt? Ich läd. Warte, ich könnte mal gucken, was wir laden. Nein, lass. Dann ist es weg. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich bin suizidgefährdet. Warte. Ich bin suizidgefährdet. Ey, bist du dir ganz sicher, dass du nicht suizidgefährdet bist? Ja, bin ich, aber das war gerade sehr komisch. Du hast einen Pilz, du hast einen Pilz. Ich habe zwei Pilz, ey. Ja. Und von Greta habe ich zwei Pilz, ey. Ich bin suizidgefährdet. Nein, ich glaube noch mal, wäre es nicht lustig. Warum tust du es dann? Weil ich dieses Mal wenigstens daran gedacht habe, vorher einen Save-State zu machen. Das wollte ich einfach einmal machen. Okay. Fick, das Spiel. Jetzt zeige ich dir mal, wie hier der Master auf Disaster das macht. Mhm. So, also für alle, die das noch nicht lesen konnten. Na, jetzt haben es alle gelesen. Aufnahme. Ja, ist doch jetzt eine neue Aufnahme. So. Hier, wie pro-like ich einfach mal bin. Ey. Nein, jetzt fangen wir nicht wieder mit Save-States an hier. Ich habe aber keinen Bock mehr. Ich mag den Hack nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ja, wir können ja auch wieder pausieren.